und mein name ist an die röpe und ich begrüße euch zurück zuletzt bei so passen herr sports ultimate ich habe ja noch was gefunden und da ist sogar ein dodo oder ein shop oder was weiß ich geil ja ein bisschen schwer hier nur herausfinden was ich noch nicht habe und was weil ich noch habe und so hat so sehen dann sieht irgendwie so abgehakt aus ja hier ist noch ein drei sterne gegner und ich kriegen wir das hin und ja wissen es warum habe ich gerade gesehen ich kann mir etwas holen und zwar hier wird reichweite von kanten verlängert kanten und verwundbarkeit ich wollte glaube ich hier drauf aufbauen oder hier drauf also warum nicht so geht an meinen stein wo man jede einzelne von diesen dingen ja erlernen muss wie soll man das schön machen also kriegt man den lernen werden dann noch durch dings modus kann jedenfalls wir gehen hier ein post matchtuell gibt am besten sagen kann ich mich überleihen aber relativ nervig und schickt auf diesen zug okay ich habe aber für dieses mal wird das nicht so unglaublich nervig weil wir sind ein bisschen stärker und wir sind also angriffen auch viel besser jetzt und wir einen uns so schick ist recht relativ nervig bin ich da sie ist die einzige der einzige der die ganze einem rum zappeln ist die anderen beiden bewohner sind halt nur nebenbei nervig es ist nicht mehr so unmöglich wie es damals war habe ich so gefühl das knie ist das meine her hat sehr gut war auch nicht näher waren dass mich hier ich krieg die gleich zu treffen hat mega haupte ich treffe irgendjemanden so einer ist weg nächste folgt da bist du euch jetzt mal als er das gibt es einfach nicht ich habe genau gesehen wie die blume an denen vorbeigezogen ist hat gesehen dann hat er irgendwie so eine luftausweichung gemacht das war ich dachte jetzt ich habe das ist eine ding getroffen jetzt hat mich nicht mit einer blöden ultimate natürlich jetzt eine ding weg das ist wieder die level der so nervig ist kommt schon danach gegenüber shop oder und dojo ich glaube ein shop bei uns fehlt noch ein einziger shop jetzt aber nicht genau die mitte der karte da kann mir meine sagen wo mich die nicht so rausgeschlagen kriege boah junge wiss dich der ist immer noch boah junge das ist aber eine nervige kombi die ganze blöden dinger hier werfen und schick hält auch nicht stellen wo ich einer näher er damit habe ich eigentlich gerechnet hat die sich hier wegen dieser diese level als so blöd ist für pc charaktere die sich hier selber raushauen also mal komm doch mal näher so schick komm her mal ehrlich 2 wie nur ein ich habe gesehen wie der eine getroffen wurde das kommt gleich einer und baut wieder ein haus und dann war es ja nur einer kommen komm näher ja das gibt es ja jetzt am alter wir haben sie aber auch recht hoch gebacken nein nicht essen du blödes war da habe ich ja gleich raus pass auf mit seinem blöden ultimate schade oh mein gott aber so nervig ich habe ollie allein schon gegen schick zu kämpfen das ist schon der fixe dann noch so eine blöde kombi sind so eine blöde level herrie und wurf jetzt auf sein schild ein gegner schwer für besser gegen hauten der baron schadenswert natürlich halt graben also auch dagegen blocken ja nein lass mich war so die gar nicht mehr blocken naja ehrlich und fliegt ebenso ausbauen tschüss war einfach viel einfacher als davor mein hart ok wir haben ein paar gegner wenig das ist auch was das dojo fehlt aber noch ein schub abwehr hoch angefunden situationsbedingt da unten ist glaube ich schließe wird plötzlich seitlich gespiegelt helfen wir machen ja das leben schwer es will wohl überlegt werden man warte jetzt austausch jetzt nicht die spiegel muss ich ausrüsten vielleicht nicht sie ja nun mal zum guten geist noch und versuchen wir mal so erst guten kämpfer meine ich das sind zwei gegner sich kann komm schon bist du denn macht das überhaupt so langsam nicht geil überhaupt nicht blöd positioniert hier hauptsache tschüss mal jetzt nicht daran okay wenn das nur alles ist dann stoppen oder einfach kuchen mache ich eigentlich bin unter jemanden und ich bin captain falcon ich habe gemeint aber willst du eigentlich gewinnert alles ist dann und nacht versuche ich mal wirklich mich anzugreifen also der mann die spiegelsteuerung und widley sollte die herausforderung hier sein jetzt was auch nicht mehr ich habe schon so gut wie geworden in diesem stab und genauso schließe 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 ganz schön ultra instinkt er schläft verwandelt ob es auch weiße haare so cool so dann weiß ich noch hier war brie die versuchen wir die mal oder doch immer da noch ist da ist glaube ich noch mal kommen wir nicht anders an diese truhe sie innerhalb ist ich muss nur den hauptgegner ich muss nur ihn erledigen okay wir holen uns das dingern versuchen wir auch nicht so schwer müssen nur den typen so schnell wie möglich erledigen dann geht es schon und wir haben nur eine minute zum recht gerade ich hasse das so sehr wenn hat passiert ich überlege gerade mal für optionen falls damit kippen falten schaffe ja ich glaube da geht man natürlich so eine anspielung an die reset bomben seien die ganze zeit seinen dings macht oder was weiße vorhin war voll einfach ne jetzt kommen wieder die kombination und der bringt sich ja bei einer selber um aber ich komme gar nicht an den heran also ehrlich solchen das schaffen ja weil wir schaden dennoch das knie der cooper nein wir die nicht beenden aber meine dings geht sogar jetzt bin ich da mal ein bisschen kämpfen funktioniert hat hier nicht dieser level ich brauche jemand der reichweite link noch geister warum ist mein geist nicht effektiv okay das bringt jetzt eigentlich nicht so ich brauche mehr angriff also da hat hier ich brauche mehr angriff und ich muss ich müsste eigentlich irgendwann auswissen hat meine ultimate hier schneller auflädt wenn ich mir die irgendwie gepaart mit link oder verwechsle ich daran was gar nicht habe ich dann noch mal gehört da ist gut kommen also gut ist was anderes aber kommt raus ne meine ultimate ready wird dann vielleicht ich treffe sowieso nicht mit der aber den falschen getroffen mann ich will die blumen wegwerfen mann wie mache ich denn das irgendwie klappen da war eine truhe auf mich hallo das war euch viel schaden da habe ich nicht getroffen ich kriege das hier nicht hin die block einfach zu viel ich soll irgendwie das kirche ne 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 das ist richtig schwer ja okay gut lange kann ja auch mann war das mich in rohmann da bin ich denn auf einmal nach ja die baut scheiße und ich gewinnen ja ja wohl wird die besser karte aus kate kurs beste göttin war schön ich bin auf die drauf gesprungen glaube ich ne luft irgendwie so weit ist passiert aber jetzt wirklich nicht geschafft die xikon kappe so da ist noch hat wir hatten ja eins nach dem anderen ab heißt das hat mir kork nahmen das ist ja nicht das acht hat okay versuchen wir mal riesen verwandlungen riesen versetzt um sein ding ein ist ja überhaupt nicht so ein one hit ko dingen ist ne ah und hier schläft hat mich ein sehe schon alter jetzt einmal davon treffen und ich bin weg leute lasst mich mal hier eine idee gibt es noch ein der macht machen kann dagegen und zwar konnte halt können die blöden angriff zu einsetzen wie sie wollen schafft hat hier alles noch pass auf er ist auch voll mies so du bist raus ehrlich raus nein raus nein nein mehr schwer zum teil machst du da muss mich jetzt nur damit treffen oh gott da wolltest du mich raushauen damit er war nicht eingeschläfert gut langsam geht es ja ein nach dem anderen haben wir hier ab so muss das und eigentlich noch mal da muss man da hochgehen oder vier sterne herr chef hätten kampf verstärkung heute mal diese raketen ist der setzte so raketen eine funktioniert hat reflektieren franklin batch tut dann die raketen zurückhauen mal die zurück da funktioniert nicht und ich bin weg jetzt ist schon wieder so helfer trophäen jetzt weiß ich schon wieder nicht wie ich das machen sollen da kriege ich nicht hin wie soll ich das machen und mal noch einer ne ich glaube da unten mal relativ hart ich weiß nicht genau was aber wir sind ja noch an der gegner hat sich vorlaufen das klingt jetzt auch nicht so so knüppel hat in der anderen zeit was ich bisher gemacht habe und ich muss einfach aufpassen hat das hat sich doch schon mal so gut wie geschafft weiter alter ja danke darf ich auch was machen da kommt gar nicht hier ne na warte du ich mache eigentlich oder agendorf oder sollte dann werde ich alles viel einfacher habe ich das gefühl so wir holen uns hier ist nicht stärker verlappt egal notverleilung so auch hat ich hoffe jetzt mal dieses eine ding kommt nicht uns los ja mein bummerang eingestickt die blöde da es hält nicht so viel aus eigentlich ich mache halt mehr schaden als die sich heilen kann nach der zeit also wir von meinem bummerang was sie noch eingesteckt das passiert so was naja wir verarschlich durch wir kommen gut vor angabe ich bin überrascht also das ist schon ein krasser fortschritt den wir machen ich komme sogar jetzt an gut blumen hut jetzt hier denkt nix und musste ich sogar hin um mit freizuschalten weil joshy du bist auch level 3 heute katapultierbarkeit für alle auch nicht so schwer voll spät gemerkt hat irgendwie joshy wollen wo die world joshy skin hat da bist du euch und meine spätheilung bringt ja nichts alter kann ich mal gehalten werden zeigert dieser blöde angriff von dem das war einer weg ja war das nicht gut sei gott das mal geheilt werden ja danke so dagegen lässt sich gut ankämpfen habe ich das gefühl weil wir nehmen einfach einen schweren charakter browser also ja dann könnt ihr mich mal mit euren katapultier an fähigkeit weil mich habe nicht so geführt die mehr katapultierbar sind das wäre wahrscheinlich jetzt schon draußen wenn man einfach den hier boom boom ich mache es mir schon wieder so viel schwieriger also lang ist hier kommt verende fertig hatte ich sogar noch gar nicht voll joshy gut ich bin gut dass wir so viel fortschritt machen das ist das ist gut es ist gut so jetzt die frage ist jetzt wo sind gegner also langsam geben wir ja echt die gegner aus da ist noch ganz unten links war einer vorbeigelaufen sind da die rennstrecke da wird es da noch weil sie jetzt nicht mehr okay da ist auch noch was jack levin gegner hat und kommt verstärkung klingt auch nichts mehr so schwer wird damals war sein ding ist hier und das ist ein ding sein auch auf gott hat er fast gar nichts gemacht noch einmal der gleiche wie vorhin machen einfach den hier habe ich wieder so da eingehauen geil ist das weiß nicht ob er ihn noch mal einsetzt aber er steht mal alle da unten bitte das hat ja eine habe ich auch getroffen gut da wäre du hast mich jetzt hier raus gut mit gewinnen und werden ich auch zu gewinnen finde ich sehr gut naja schön naja für rennstrecke alles erledigt da kann man da nicht irgendwie rein so sind jetzt hier noch gegner da ist einer war ich noch nicht dafür gegner gesenkt ab für dich das klingt auch nicht so vergleich was wir hinter uns haben klingt alles noch mit klingt wie luxus wo komm her um damit kontern ja ja und hat diesen angriff nicht irgendwie nie zu treffen backslash du können ja auch mal und die am popo kratzen kannst du mich und fliegt doch mal raus du gehst mir jetzt echt noch vernerven ich wollte mich hier links herunterhauen deswegen gesehen kommen wir ja woher komme ich krieg die krise jetzt kommt jetzt hierher und lässt sich raushauen tschüss gibt es doch nicht schön kommen ein gegner die euro ebene so langsam weiß ich nicht mehr wo noch gegner sind da im flugafen sind wir schon mal da reingegangen ich mich nicht mehr erinnern ob da war ach hier stimmt im weisen fehlt hier noch die falsche richtung geflogen ja wieder zurück ach ja ich glaube der hat die super rüstung und so nein ich habe den kontroller fast gar nicht berührt hey m beißen praktiert geschossen stärker spezial angefügen außer aus smash er hat keine super rüstung bezahltechniken und kriegen wir doch irgendwie ich kann keine fernkampf angefallen setzen machen wir denn da immer mit gegen konter und gern doch ist sehr langsam ich bestimmt gut kontern gut gehen wir hinkommen es war ein gegner er hat keine super rüstung aber der macht die ganze zeit den da ist deine macke so viel zu kontern wenn die ganze zeit seinem blöden links macht ich halte mich aber einmal toll angriff schwächer ich habe ihn kommen ich kenne ihn er weiß nicht was er machen soll er ist er ist jetzt auffällig da ich bin der luft ausgewichen er sollte mich kaputt pass auf er weißen gehen nach hause wo auch immer du bei uns sie angeboten ich bin so gut wir schaffen ja so viel ja schön wir erreicht haben heute alles das ist geil und das noch kämpfer geil da ist noch was oder rio cool wir sind ja so schnell ja 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 er liegt mal jetzt reinzukommen aber ich schieße sie einfach ab ich meine es ein fairer kampf und also wird hier aber nein hat geblockt mit seinen was ich wieder teils für stadt ist das sehr gut you kämpft du mit wir haben sie lernen bekommen aber ich glaube nicht dass wir etwas lernen können moment so haben wir hier alles ja ich glaube ja ich gehe noch mal zur sicherheit hierdurch ja aus hier schön guck mal kann man immer trock level ich glaube nicht ja das wird nie der fall sei manchmal mit 30 prozent anfangen hat hier brauchen wir noch also langsam nähern wir uns hier dem ende wir sind einfach keine neuen sachen und mir fehlt immer noch ein shop in der mitte irgendwo wo wir da sind mal so ein zeichner für karte lange werden lange werden ich habe sie ich habe sie gesehen um 20 wie soll man alle gaben bitteschön ich verstehe nicht muss ja voll viel kannst du auch gar nicht eigentlich ist ja immer hier gucken ob die genau gerade lernen wir ihn zu verkaufen haben so der wird schon seit ewigkeiten jahren gewohnt also kaufe ich den jetzt mal mit endlich mal weg kommt ich hoffe nicht was neues kriegt ausgezeichnet ich kann aber immer nichts lernen ich könnte erlernen aber luftsprung plus 1 luft angewürfe agile landung ausweichelfer gut gegen jeff ich weiß nicht wie ich jeff hier erledigen soll diesen einen mit dem raketen gegen lukas kämpfen muss aber wir haben 42 kämpfer rette für ihn immer noch 85 meilenstein sind die alle jedenfalls das war's für diese folge kommen wir noch mal hier im shop nach aus gut was das für diese folge ist vorher machen wir damit klassisch modus und ja ich hoffe ich habe fallen und die lasten leiten abo kommentar und also warten da wäre richtig geil und tschüss und Musik